Hallo und willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich mal zeigen, wie man ein Acer Notebook, ein Aspire 5253 auseinanderbaut. Hier so ein Lüfter wechselt, RAM-Modul wechselt, Batterie wechselt und gegebenenfalls die Festplatte wechselt. Zuerst kommt mal der Akku hier hinten raus. Der kann nebenhin gelegt werden. Dann kommen hier zwei Schrauben raus. Schraube Nummer 1 und hier unten ist Schraube Nummer 2. Habe ich hier schon mal losgeschraubt. Und dann kann man diese Klappe hier entfernen. Kann man auch nebenhin legen. Und sieht dann hier schon mal RAM-Modul und Festplatte. Um die Festplatte auszubauen hier, wird diese kleine Schraube rausgedreht. Und dann kann man die Festplatte mit dem Schraubenzieher so ein bisschen nach links schieben. Und die dann entsprechend hier entnehmen. Und dann hat man die schon mal ausgebaut. Hier auf der rechten Seite findet man dann das RAM-Modul und hier die Batterie. Die kann man recht leicht wechseln. Das ist sehr angenehm bei dem Gerät. Und hier nochmal das Wi-Fi-Modul. Das brauchen wir meistens nicht zu wechseln. RAM-Modul wird hier neben einfach rausgeklickt und entnommen. Dann muss man das CD-ROM hier ausbauen und entnehmen. Dazu wird diese Schraube hier vorne gelöst. Das ist eine normale Kreuzschlitzschraube. Und dann kann man hier das Laufwerk, das optische, einfach so rausziehen. Jetzt wird die Tastatur ausgebaut. Die Tastatur ist hier nur reingeklemmt in dieses Oberteil des Notebooks. Und zwar an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und hier nochmal an der Seite 8 Stellen. Da ist die so drunter gequetscht sozusagen. Und diese Laschen muss man aufschieben. Hier ist zum Beispiel eine solche Lasche zu sehen. Die wird ganz vorsichtig mit einem Schraubenzieher nach hinten geschoben. Und dann kann man die Tastatur so hier oben rausnehmen. Hier neben diese kleine rote Lasche, die ist feste, die kann man nicht verschieben. Da wird die Tastatur vorsichtig ein bisschen gebogen und hier so rausgezupft. Das Ganze gilt dann auch für die anderen Laschen hier hinten. Hier oben wird dann die Tastatur genommen und so ein bisschen nach oben gehoben und dann hier nach vorne raus. Und wenn man das jetzt mal sich von unten anguckt, dann sieht man hier das Kabel, mit dem die Tastatur befestigt ist. Das kann man ganz vorsichtig nach vorne rausziehen und die Tastatur dann beiseite legen. Unter der Tastatur sind jetzt hier 8 Schrauben. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Die müssen rausgeschraubt werden. Auf der Unterseite des Notebooks gibt es auch nochmal 9 Schrauben, die raus müssen. Hier ist Nummer 1, 2, 3, 4 und 5. Und hier auf der linken Seite 6, 7, 8 und 9. Diese Schrauben müssen also komplett raus. Hier vorne versteckt sich noch eine Schraube. Und die muss auch raus. Die hält dann nochmal vorne die Front extra zusammen. Die hier nicht vergessen. Das Notebook kann man jetzt so auf die Seite stellen und kann ganz vorsichtig hier die beiden Gehäuseschalen voneinander trennen. Da kann man auch einen Schraubenzieher zur Hilfe nehmen, weil hier neben sind nochmal so Clips da drin. Und dann kann man das hier so ein bisschen aufhebeln. Und dann geht das hier auseinander. Bevor man jetzt hier diesen Deckel ganz entfernt, muss man hier diese beiden Kabel lösen. Hier ist ein Flachbandkabel und hier drüben auch nochmal. Die müssen hier so vorsichtig abgemacht werden. Das große hier ist der Displaystecker. Der kann dranbleiben. Aber hier dieses kleine Kabel muss auch ab, bevor man das rote Cover hier abnimmt. Das sind scheinbar jetzt hier die Lautsprecher. Dieser Stecker muss auch raus. Wenn man diese Punkte jetzt alle hier beachtet hat, dann kann man dieses rote Oberteil einfach hier abheben. Um den Lüfter oder Ventilator jetzt hier auszubauen, muss man drei Schrauben entfernen. Hier ist die erste, hier die zweite und hier die dritte. Dann muss man leider das Mainboard mit ausbauen, weil der Lüfter unten nochmal verklebt ist. Dazu muss man einmal hier dieses Kabel entfernen. Diese kleine Einheit hier und dieses längliche Kabel. Und hier ist eine Schraube, die rauskam, hier, dort und hier nochmal die dritte. Also diese drei Schrauben sind noch zu entfernen. Das Mainboard kann dann ganz vorsichtig entnommen werden und dann kann man das hier einmal so rumdrehen und kommt dann von unten an den Lüfter dran. Hier sind die drei Schrauben, eins, zwei, die sind schon draußen und hier steckt dann die dritte drin. Die sieht man noch so ein bisschen. Und hier oben dieser Kleber, der wird hier so abgezogen und dann kann man den Lüfter hier tauschen. Und hier drüben ist der Anschluss, der elektrische Anschluss des Lüfters. Der wird dann abgezogen und dann wieder angesteckt. Wenn man jetzt den Lüfter gereinigt oder gewechselt hat, natürlich wieder zusammenschrauben. Darf man natürlich keine Schraube vergessen, auch nicht an die falsche Position schrauben. Wie gesagt, eins, zwei, dreimal hier den Lüfter. Dann hier diese kleine schwarze Schraube. Dann gibt es hier zwei kleine silberne Schrauben. Das Kabel muss wieder ran, jenes hier und das da hinten auch nicht vergessen. Bevor man das jetzt komplett wieder zusammenbaut und verschraubt und feststellt, dass man ein engen Kabel vergessen hat, habe ich das jetzt mal provisorisch hier oben erst mal drauf gemacht. Habe die Kabel angeschlossen und das RAM-Modul reingemacht und mal eingeschaltet und sieh da, es funktioniert. Und jetzt kann man alle Schrauben dann komplett wieder reinschrauben. Das Notebook ist jetzt wieder komplett zusammengeschraubt bis auf unten diese Platte, diese Abdeckung hier. Man kann das nochmal nehmen und kann es mal schütteln. Das ist immer ganz gut. Da hört man, ob noch irgendwas los ist, ob man vergessen hat, irgendein Kabel anzustecken oder ob am Ende noch irgendeine Schraube drin rumfliegt. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Das sollte man immer mal machen, bevor man sowas einschaltet. Und natürlich auch immer mal gucken auf dem Arbeitstisch, dass da keine Schrauben oder Teile mehr rumliegen.